Teens 2, Armbartriangel, Omoplata-Drill. Wir kombinieren nun Armbartrill, Triangel-Drill und Omoplata-Drill hintereinander. Als erstes den Armbartrill, dafür führe ich meinen Fuß in die Hüfte, schiebe meinen Körper zur Seite, meine Kniekehle geht eng in ihre Achse, Druck nach unten, Andernsbein über ihren Kopf. Nun schwenke ich mit dem Bein in einen großen Kreis, um sie herum, auf die andere Seite. Nun der Triangel-Drill, dafür schiebe ich einen Arm hinein, das Bein an ihren Hals entlang, Hüfte nach oben, Kniekehle, anderen Hals, ich schließe die Triangel und gehe wieder zurück. Andere Seite. Als letztes noch der Omoplata-Drill, Kick gegen den Ellenbogen, zur Seite, einmal Triangel zumachen und jetzt schwinge ich komplett wieder in die Mitte. Andere Seite. Drehen. Ausrichten. Triangel zu. Du wartest, ne? Was musst du noch machen? Du musst jetzt noch getauchen und du machst du nicht. Ähm, wie machen wir noch? Wegen.